Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von die Sims 4 Rags to Riches mit unserem Lieblings Sim Diamanten, nein ich meinte mit unserer Lieblings Scarlet, die hier gerade sich denkt, hey ich habe keinen Preis gewonnen in der letzten Folge, aber ich muss trotzdem mal sagen wie cool ich bin und alle müssen mich einfach lieben und deshalb spiele ich jetzt einfach mal Gitarre vor allen, wisst ihr Leute, irgendwann muss man halt einfach mal im Mittelpunkt stehen. Und wenn die Scarlet gestern schon, gestern, also die Folge ist jetzt schon ein bisschen länger her, wenn die Scarlet beim letzten Mal schon keinen Preis gewonnen hat Leute, dann wird es Zeit, dass sie hier jetzt immerhin noch ihren Fame-Status bekommt. Und wie sieht es denn eigentlich aktuell aus? Oh wir sind kurz vor dem fünften Stern Leute, mhm, so also wir haben ein voll geiles Kleid, da hätten wir auf jeden Fall auch auf dieser Gala, die vor zwei, drei Tagen war, wie heißt die, Met, Met, Met Gala? Ja, irgendwas mit M-E-T, ich weiß noch nicht, ob es Met oder so anders ausgesprochen wird. Ähm, ja, mit dem Outfit, ja ich weiß nicht, okay, wäre es vielleicht ein bisschen untergegangen zwischen den ganzen Leuten, aber ja Leute, wir sind wieder zurück und ich habe übrigens jetzt eine neue Facecam, warum erzähle ich euch das? Ich mache gerade gar kein Facecam-Video, aber ich wollte euch noch erzählen, ich muss alles noch einrichten, ich hoffe ich kriege das alles hin und dann werden wir vielleicht ab morgen schon, oh mein Gott, die sind alle unsere Fans, werden wir vielleicht ab morgen schon, Freunde, ähm... Danke für das Geld, ähm... Äh, 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 neue Facecam-Videos, also neue Qualität, neue, bessere Qualität, wenn ich alles hinkriege, also irgendwie stand vorhin da, dass irgendwas fehlgeschlagen ist und ich so, Bruder, dein Leben ist fehlgeschlagen und dann der PC so, Bruder, dein Leben ist fehlgeschlagen und ich so, okay, du hast recht, du hast recht, bitte schrei mich nicht so an. So, wir gehen jetzt erstmal nach Hause und wir haben ja die Sabrina jetzt in der Nachbarschaft, ja, hallo Sabrina, haben wir mit der schon Kontakt gehabt? Ja, ne, also ich glaube, wir haben schon mal mit der geredet, haha, ähm... Ja, vielleicht geht heute einiges mehr, ich weiß nicht, was heute abgeht, Leute, wir müssen schauen. Ich glaube, wir haben ja das letzte Mal, haben wir die nicht so geküsst? Ich weiß gar nicht mehr, was überhaupt abging, Leute. Also ich weiß bloß, dass wir, egal wo wir hingehen, wir werden immer von Paparazzis gejagt. Ich sehe gerade einen Paparazzi, nein. Nein, sehr schön, denn in unserer kleinen Bude hier möchte ich eigentlich nicht erwischt werden, dass wir von Paparazzi gestalkt werden, aber naja, was soll's. Wir müssen auf jeden Fall schlafen, wir könnten auch wieder mal YouTube wie... Oh, sie rennt auf diesen hohen Schuhen, also das ist mutig, meine Freunde, wenn ich die ganz kurz sagen. Rockende Riffs, okay. Äh, verbesserte Klänge, geil, einfach schön, das freut mich sehr. Hier können wir auch noch, pass auf, Krieg ist auch noch ein bisschen Cash. Geil. So, wir... Sie hat eine Idee, was hast du für eine Idee? Ich weiß es nicht, Leute. Wir möchten erstmal ganz kurz schlafen gehen, aber vorher würde ich sagen, kann sie nicht noch irgendeinen Snack sich gönnen? So, warte mal, haben wir nicht so... Haben wir nicht so Snacks, meine Freunde? Wo, äh, Entschuldigung, hier, schnelle Mahlzeit essen, und zwar einen Joghurt. Komm, ich esse auch voll oft einen Joghurt vorm Schlafen gehen. Ich finde das einfach, das ist so nicht zu viel. Und dann fühlt man sich nicht so voll, wenn man nicht schon eh voll genug ist. Aber, ja, Leute, ich bin ja eh gerade ein bisschen so auf diesem Sporttrip und auf Ernährungsachtungstrip. Das war gar kein deutscher Satz, den ich hier gerade rausgehauen habe. Egal, Freunde, egal. Ja, ihr wisst bestimmt, was ich meine, bestimmt wisst ihr nicht. Also, ich meine, ihr denkt so, Alter, was ist das für eine Scheiße? Halt doch endlich dein Maul. Und ich denke so, okay, Leute, ihr habt recht. So, wir arbeiten erst am Dienstag. Okay, wir müssen am Dienstag arbeiten. Wir müssen da so ein bisschen Comedy-Fähigkeit noch ausbauen. Oh Gott, wird das was Lustiges? Oh, ich hasse lustige Sachen, Leute. So, okay, Scarlet direkt wieder am Handy. Ach, ich wollte doch gucken. Äh, bezüglich, bezüglich hier die Sabrina. Mit der läuft es schon so ein bisschen. Also, ihr seht schon, da ist ein romantisches Interesse. Ich wünsche, das könnte ich über mein Liebesleben sagen. Aber, das Einzige, was ich da sagen kann, ist, ich esse auch gerade Joghurt. Mehr passiert nicht. Ähm, so, du räumst nicht auf. Sehr gut. Guck mal, das sind die Star-Allen, die ich brauche. Jemand, der sagt, nein, ich lasse meinen Scheiß stehen. Nein, ich wasche hier nicht ab. Nein, ich spüle den Scheiß nicht. Sondern, ich lasse den Nico das machen. Der schmeißt das dann schon in, äh, ja, okay, wo soll sie es auch spülen? Wir haben nicht mal hier was zum spülen. Wir hätten, sie hätte bloß ins Bad gehen können und so. Aber, naja, unsere Anlage ist kaputt. Aber, Leute, wir sind doch reich. Wir haben 50.000 Simoleons. Voll gut. Wissen, was, womit wir Geld verdienen können? Wartet, hier nochmal. 10 Simoleons. Ähm, wir haben 50.000 Simoleons und wir werden wahrscheinlich viel mehr... Kam schon das Geld? Kommt das nicht immer? Kommt das erst um neun? Ich dachte, das kommt immer schon vollzeitig. Okay. Also, wir haben Handyprobleme. Wir müssen verbotene Wörter brüllen. Das ist überhaupt nicht gut. Das zeigt, äh, wir müssen erstmal eine Simstagram-Story hochladen. So angespannt, wie wir sind. Und dann müssen wir ein bisschen ein Spiel spielen. Dann geht es ja auch direkt besser. Dann gehen wir mal auf die Toilette, meine Freunde. Ja. Ah, mehr geht heute eigentlich nicht. Ich warte mal kurz. Das, yay! Wir haben jetzt 9.000 irgendwas Follower. Woo! Okay, wir könnten, ne? Theoretisch. Ja, ich will keinen Charity-Stream. Obwohl, wir könnten es theoretisch durchziehen. Wenn es uns komplett gut geht. Aber geht es uns komplett gut? Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall echt Bock auf so einen Charity-Stream. Aber was machen wir dann? Wir sitzen ja dann bloß hier und stehen davor. Und dann passiert gar nichts, oder Leute? Ich glaube, so viel passiert da echt nicht. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay, wir könnten auch einfach mal unseren Date filmen. Wir filmen mal unseren Date mit der guten Sabrina. Ja, wir schauen mal, was heute so abgeht. Außerdem, wir können gar nicht mit der Sabrina zusammen im Bett schlafen, weil wir haben bloß so ein kleines Bett. Oh mein Gott, Leute. Gibt es jetzt mal Geld? Ich weiß nicht. Ich spiele hier die ganze Zeit Gitarre. Jeder, wie er möchte, ne? Und dann werde ich mir mal noch hier so ein Salädchen... Genau, stelle die Gitarre einfach hier ins Badezimmer. Ich denke, da ist es immer ganz gut aufgehoben. Haben wir Post? Nein, wir haben keine Post. Ich heule hier gleich. Warum kriegen wir hier denn gar nichts, Leute? Warum kriegen wir denn hier nichts? Wir kriegen nicht mal Geld. Hallo? Frau Geld, wo sind sie? Oh mein Leute. Warum hasst du uns die Welt so? Scarlet, warum wirst du gerade so gehatet? Ich weiß es nicht. Also, wir wollen Pop hören. Ja, okay, Scarlet. Hallo, Scarlet. Oh mein Gott, Leute. Ein neues Product Placement. Da sind wir doch dabei. Ähm, was muss ich tun? Verwende die Videostation um... Jaja, Gamer lieben... Schimpftiraden? Oh! Entschuldigung. Ich weiß, dass Gamer schimpftiraden. Die Leute schauen meine Videos nur, weil wenn ich hier ausraste, dann lieben das die Leute. Aber ohne Facecam ist das, glaube ich, nicht ganz so lustig. Ähm. Wir sollen einen wütenden Vlog aufnehmen. Ich weiß nicht, wie ich jetzt wütend werde. Ich könnte jemanden einladen und... Und, ähm... Für einen Streit sorgen, oder? Könnte ich... Oder wollen wir so einen öffentlichen Streit, Leute? Mit irgendeinem Promi? Ich denke, Streit ist immer gut, oder? Ich weiß nicht, aber genau mit... Mit wem wir das jetzt tun. Ist hier irgendjemand, der sich mit uns streiten will? Hallo? Na, was geht ab? Ich glaube, wir sollten bei den Girls... Keiner ist zu Hause. Leute! Ihr verarscht mich hier nicht. Ich komme jetzt vorbei und wenn keiner zu Hause ist, ich schwöre es, ich brenne eure Tür nieder. Also, das... Ja, du, du, du... Stell einfach ab und geh rüber. Und zieh dich vielleicht vorher noch um. Du musst jetzt... Okay. Du musst nicht ganz nackt rüber gehen, Leute. Das ist ein bisschen kritisch, würde ich ganz kurz behaupten. Wir brauchen einfach Geld, Leute. Ich weiß nicht genau, was das hier soll. Und vielleicht haben wir auch schon Geld bekommen und ich habe es einfach nur nicht bemerkt. Oder vielleicht bin ich einfach nur dumm. Alles ist möglich? Oh, guck mal. Wir sind nicht zu Hause. Die Valentine ist aber zu Hause. Die Valentine steht nämlich hier und die Valentine will jetzt erstmal beef mit mir. So, Leute. Tantium, jetzt haben wir Geld bekommen. Um 10. Wie viel? 4.000. Oh, Leute. Der perfekte Promi-Look hat 0 Sinnmoments. Okay, es wird auf jeden Fall Zeit, dass wir wieder... Ja, irgendwas Crazies machen. Da hinten stinkt's. Das könnten wir verbrennen. Das wäre sehr toll. Guck mal. Es ist niemand zu Hause. Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Ich weiß es nicht. Ich habe eigentlich ein bisschen Bock auf Stress. Hausbeleidigen. Halt die Schulter zeigen. Komm. Wir versuchen mal... Also, wir wissen ja eh, was jetzt läuft. Läuft wahrscheinlich mit der Sabrina. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber da können wir ja jetzt mal ein bisschen für Stress sorgen, oder Leute? Also, ich denke schon. Ich denke, man kann immer für Stress sorgen. Aber sie interessiert sich gar nicht mehr. Und sie so... Bitch, ich habe keinen Bock, mit dir zu reden. Oh, sie so... Oh Gott, die Star-Alyon, Leute. Die Star-Alyon. Ähm... Garten, gemeines Geschenk geben. Oh Gott. Ja, da singt halt auch unser Ruf, ne? Das ist halt scheiße. Ich will nicht, dass unser Ruf singt. Wir haben voll den guten Ruf. Aber wenn wir uns jetzt hier biefen... Äh... Naja, Leute. Wir müssen es halt tun. Wir müssen uns irgendwie in wütende Stimmung versetzen. Können wir... Ach, wütendes Gefühl erforschen. Oh, guck mal. Jetzt sind wir schon wütend. Oh. Da muss ich sie ja gar nicht anbiefen. Leute, da muss ich sie ja gar nicht anbiefen. Ich finde es schön, wie unser Haus einfach immer noch überall diese Rainbow-Deko hat. Einfach schön. Wisst ihr, das gefällt mir. Das mag ich. Sabrina, kann man auch zu zweitem Video drehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das wäre dann zu sexuell für diese ganze Sheet. Und dann denken die Leute sich so... Dann denkt YouTube sich so, dass Wikipedia wird wieder ab 18 gescheitert. Und da, ähm... Gibt es auch keine Werbeeinnahmen drauf. So wie gewühlt immer. Ich heule hier gleich. Okay. Wir sind super wütend, Leute. Das finde ich gut. Wir müssen auch hier super wütend unsere Rechnung bezahlen. Und unsere Post bekommen. Und... Ähm... Ich würde gerne wissen, was Trend ist. Und... Ich würde gerne einen Schimpf-Vlog aufnehmen. Ich weiß, ich glaube nicht, dass das so gut ist für unser Image. Leute, Real Talk, ich glaube echt, das ist nicht gut für unser Image. Aber... Mir egal. Ist mir sowas von egal. Ich will, dass wir hier ausrasten. Ihr kennt mich ja. Ich bin ja immer am Ausrasten. Und das heißt ja nicht, dass ich in Real Life böse bin. Vielleicht bin ich auch böse in Real... Wir werden das nie erfahren, Leute. Nein, eigentlich bin ich nett. Ja. Okay, cool. Wir haben fast hier die nächste Stufe erreicht von was auch immer. Von was auch immer. Keine Ahnung. Okay. Scarlet, du YouTube-Star. Konzentrierte Vlogs. Videospiele. Oh. Das ist aber nicht gerade das, was wir hier wollen. Die Scarlet, die rastet jetzt richtig aus. Oh mein Gott, Leute. Guckt sie euch. Oh mein Gott. Die Scarlet ist wütend. Scarlet ist wütend und bereit, ja, kleine... Kleinkinder in Sims 4 zu töten. Und das macht man nicht, Scarlet. Ich weiß. Hoppala. Ich wollte nicht vorspulen. Die Scarlet ist wütend. Die Scarlet schimpft und ich glaube, unser Ruf wird dadurch sehr gut sinken. Vielleicht kriegen wir auch dadurch voll gute Aufmerksamkeit, wenn wir so Stress machen auf einmal. Ich denke, es ist immer gut. Und ich muss mal ganz kurz schauen. Wir können doch hier bald irgendwas... Irgendwann können wir doch hier Lifestyle-Marke. Genau. Wir können doch bald eine eigene Marke aufbauen. Ein eigenes Geschäft. Ähm. Geil. Kann ich dann dazu nur sagen. Geil. Ähm. Ja. Cool. Finde ich echt schön, muss ich sagen. Finde ich wirklich toll. So. Okay. Die Scarlet. Oh mein Gott. So eins zu eins ich. Wenn ich wieder irgendeine Challenge aufnehme und nichts klappt. Und ich so. Äh. Was soll denn der Scheiße. Dann springe ich hier so rum. Und dann sage ich. Bruder. Muss los. Und dann denken sich alle wieder. Ach. Der Nego. Der Nego macht aber nur noch Scheiße. Und ich so. Ja. Da habt ihr recht. So. Wir lassen sie jetzt mal heute ihren ganzen YouTube-Kram machen. Ich weiß. Wir könnten auch mal wieder rausgehen. In die Stadt gehen. Oder so. Aber wir sind halt YouTuber. Und Influencer. Und auch ein Promi. Und da können wir halt nicht einfach so mal auf die Straße gehen. Meine Freunde. Und da muss man einfach auch mal. Ja. Da muss man einfach auch mal dazu stehen. Dass man auch mal zu Hause bleiben muss. Auch wie ich gefühlt jedes Wochenende zu Hause bin. Aber naja. Was soll's Leute. Ich konzentriere mich halt voll gerne auf YouTube. Und das nimmt halt teilweise sehr viel Zeit in Anspruch. Und deshalb bin ich auch gerne dann zu Hause. Und kümmere mich darum. Und weiß was ich hab. Und ich freue mich wenn ihr euch dann freut. Und ach. Es freut mich alles. Gerade wie YouTube läuft und so. Es ist echt schön. Macht super viel Spaß. Und ähm. Ja. Euer Support ist auch mega. Also. Pettisels. Dankeschön. Wenn ihr jetzt noch dabei seid. Hi Leute. Ich liebe euch. Puh. Das war ganz so viel Liebe heute. Da müsst. Das dürfte YouTube doch jetzt nicht. Nicht. Ähm. Entmonetarisieren. Oder? Hahaha. Man kennt YouTube. So. Wir spulen einfach mal ein bisschen vor. Denn ich will mir hier nicht die ganze Zeit angucken. Wie die sich hier aufregt. Also. Wenn sich hier einer aufregen soll. Dann bin ich das. Und sonst niemand. Aber. Ja. Was passiert hier? Siehe. Okay. Wütender Vlog. Wir nennen es. Ähm. Ich bin sauer. Und. Dann in der Beschreibung. So richtig sauer. Sauer. Mhm. Ne. Warte. Wir machen die coolere Beschreibung. Sauer macht lustig. Oh. Genau. So schreibt man lustig. Lustig. So. Leute. Jetzt. Scarlett. Was tust du? Wütender Lauf. Oh. Die Scarlett. Die sprintet jetzt erstmal wütend. Okay. Wie lange sind wir denn jetzt noch wütend? Ähm. Okay. Haben wir das jetzt schon erforscht? Nein. Was muss ich denn tun, um das zu erforschen? Ich weiß es nicht. Oh nein. Ich weiß es nicht, Leute. Verbotene Wörter brüllen. Ich glaube, so böse wollte ich eigentlich jetzt nicht sein. Wir haben hier. Ich bin sauer. Hashtag so wütend. Mhm. Ich weiß nicht, wo der Hashtag herkommt. Aber ja. Übergänge hinzufügen, Leute. Wir sind jetzt wieder professionelle Influencer. Effekte hinzufügen. Und dann werden wir es hochladen. Wir haben Fanpost bekommen. Oh nein. Oh nein, Leute. Wir haben Fanpost bekommen. Ich habe ein bisschen Angst. Es sieht sehr gruselig aus. Oh, Scarlett Turner. Was ist denn dieser Kiste? Wahrscheinlich jemand, der mich umbringen will oder so. Oh Gott. Was haben wir noch bekommen? Inspirationspromiserum. Finde ich super. Die Sabrina nickt ja auch mit dem Kopf schon zu meiner Stimme. Ja, du laberst nur scheiße. Aber es ist vollkommen okay. Ja, Sabrina. Es tut mir leid, dass ich mich gerade nicht wirklich um dich kümmere. Aber ja. YouTube hat ein bisschen Vorrang. Haha. Dieser Moment, wenn man YouTube vor die Freundin. Ja, okay. Sie sind noch nicht zusammen, ne? Aber wenn man das da vorzieht. Mit den Wischübergängen wirkt es direkt viel professioneller. Yay, Leute. Das ist doch schön. Das freut mich sehr. Und jetzt levelt sie auch gleich ab, oder? Ja. Ich muss los. Bruder, ich muss los. Tschüss. Level 5, Leute. Wir haben es perfektioniert. Wow. Jetzt kann aber, jetzt kann es losgehen, oder meine Freunde? Können wir hier? Ne, da müssen wir Geschicklichkeit. Was bringt mir das jetzt? Kann ich jetzt irgendwas cooler? Bin ich jetzt irgendwie crazier? Nö. Gar nichts kann ich. Ich bin jetzt nicht krasser oder so als vorher. Ich heule hier gleich. Warum habe ich es gemacht? Die Lichter wurden schön. Ach, es freut mich alles. Wie sieht es aus? Wie ist das Video? Großartig. Dann laden wir es jetzt hoch. Und kümmern uns dann mal ganz kurz. Jetzt haben wir unsere Girl verärgert. 150 Simoyons. Ist das in Ernst? Für 150 Simoyons stehe ich hier nicht auf, Freunde. Egal. Wir kriegen auch noch Cash auf das Video. Wir spielen mal ein Spiel, damit sie ein bisschen... Oh Gott, ihr geht es echt scheiße, ne? Und dann öffnen wir mal gleich die Fanpost. Ich habe ein bisschen Angst, was das ist. Also wirklich jetzt... Was macht sie hier? Verbotene Wörter brüllen? Nee, du musst nicht hier verbotene Wörter brüllen. Also sorry. Wir wollen, dass das Video noch... Ähm, ja. Dass das Video noch normal ist und bleibt. Und Leute, wir werden bald ein großes Umstyling für die Scarlet haben. Keine Sorge. Ich fange auch bald mit der neuen Villa an für die Scarlet. Auch keine Sorge. Ähm, ich wollte eigentlich... Wo kann ich denn hier nochmal... Wo sind denn die Outfits? Hier. Ich wollte dieses coole Outfit... Dieses coole Outfit. Ganz genau, Nico. Dieses coole Outfit. Ähm, das möchte ich hier für sie... Ah, sieht so nice aus. Scarlet. Ich weiß nicht, ob das dann dein Hauptoutfit wird oder so. Weil ich finde es halt echt hot. Muss ich wirklich sagen, Leute. Und wir wollen jetzt Fernsehen schauen. Aber ich würde gerne erstmal wissen, was in der Fanpost drin ist, Leute. Wir haben Fanpost bekommen und ich glaube, wir werden vielleicht ein bisschen sterben. Was wird wohl da drin sein, Leute? Und? Oh Gott. Ein Lachs. Wow. Oh mein Gott. Ich wollte schon immer mal ein Lachs geschenkt bekommen. Hey, das ist doch voll cool. Guck mal, wie gut der ist. Aufhängen. Ich will ja niemanden aufhängen. Aber ich kann doch damit jetzt kochen, oder? Kann ich nicht ein Lachs kochen? Aha. Kann ich nicht ein Lachs kochen? Ne, wir können Fischtacos machen. Da haben wir optimal beliebiger Fisch. Aber ich weiß nicht, warum man überhaupt Zutaten braucht, wenn man eh... Ach, ich weiß auch nicht, Leute. Ich weiß auch nicht. Was macht sie hier gerade? Sie hat gerade die Green bewundert. Okay. Okay, wir können gerne mal unser baldiges Girl, die Sabrina, können wir jetzt nochmal einladen. Sabrina, komm gerne rüber. Ich habe Bock und Zeit, dass du hier bist. Dann können die sich nochmal am Ende jetzt hier wenigstens ein bisschen unterhalten, damit wir wenigstens hier unsere Social Life ein bisschen verbessern. Sabrina Lyon wird gleich drüber sein. Oder Lion. Ich weiß es nicht. Komm einfach rin, meine Gute. Und vielleicht wirst du auch irgendwann ein Star, wenn du mit uns abhängst. Nimm dir einen Drink. Weißt du, um 16 Uhr kann man sich auch mal einen Drink genehmigen. Ich sehe das genauso. Vollkommen okay. Getränk einschenken. Du kannst reinkommen, ne? Übrigens, also du musst jetzt nicht... Sabrina! Was tut sie denn? Was? Jetzt habe ich aus Versehen geklickt, dass sie weg geht. Äh. Ich kann ihr auch gerne den Wohnungsschlüssel geben. Was macht sie denn jetzt? Sie so, ich ziehe mich hier mal ganz kurz für die Klicks aus. Und ich so, okay, Sabrina, do what you want. Ähm. Okay. Stell mal deinen Drink ab und geh mal raus zu Sabrina. Sabrina! Ach nee, sie ist noch da. Ich dachte jetzt schon, kann ich jetzt nicht einfach den Wohnungsschlüssel geben? Sind wir schon soweit? Ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind. Wir haben doch gar nicht so die tiefe Bindung. Aber ich würde ja einfach trotzdem schon mal den Wohnungsschlüssel geben. Denn, ja, die Sabrina. Ihr habt die gleichen Schuhe an. Oh mein Gott. Goals. Ich liebe die Sabrina. Und ach, guck mal, da haben wir ihr hier den Schlüssel gegeben. Romantik pur. Und wir so, Schlüssel wieder weggenommen. Ja, wir möchten einfach mal ganz kurz ein romantisches Geschenk geben. Und zwar will ich ihr einfach mal, was könnte ich ihr denn geben? Ein Lachs. Lachs finde ich einfach ein schönes Geschenk. Inspirationspromiserum. Ich kann ihr einen Karton geben. Möchtest du einen Karton haben? So Pappkarton, wo du drauf tanzen kannst? Ich glaube, das ist voll cool. Guck mal, Sabrina, ich habe voll das schöne Geschenk. Und ich so, oh mein Gott. Ja, Sabrina. Oh, guck mal, voll süß mit Herzen. Ich wünsche mir, wird jemand was schenken. Aber schenkt mir jemand was? Nein. Mir schenkt nur jeder Schläger. So. Oh mein Gott, was passiert denn hier gerade? Oh mein Gott. Sind wir hier beim Bachelor? Oh, ich lieb's. Ich schenke ihr eine Rose zurück. Und, oh mein Gott. Sabrina hat, ähm, Scarlett ein romantisches Geschenk, äh, äh, ein Geschenk mit einer romantischen Nahrung. Du bist mein Herz, meine Seele, mein Schatz, mein Heute, mein Morgen, mein... Da kam's mir gerade kurz ein bisschen hoch. Mein für immer, mein alles. Oh je, Mini. Seid ihr schon so weit, meine Freunde, dass ihr jetzt schon sagt, es ist für immer? Kennt ihr diese Leute, die gefühlt so nach zwei Tagen sagen, oh mein Gott, ich liebe dich für immer, und dann sind sie so nach einer Woche wieder auseinander. Ich denke mir so, Bruder, was ist da los? Oh mein Gott. Okay, Sabrina, du darfst immer vorbeikommen, wenn du wirst, haben wir sie schon zum ersten Mal geküsst, oder haben wir noch, haben wir ihr noch nichts hier in den Hals geschoben? Das hört sich sehr wild an, das hört sich echt wild an. Ähm, Hände küssen, komm Leute, wir, wir lecken jetzt nochmal alles ab, was geht. Das hört sich auch komplett falsch an, aber kein Problem. Kein Problem, dafür sind wir ja da. Wir können sie auch nochmal kurz, äh, Fan umarmen. Nee, nee, ich will, ich will auch noch nicht, dass sie einzieht, sie kann gerne, oh nein, ist das der Paparazzi? Er, will er ein Autogramm? Will er ein Autogramm von uns? Ich kann ihm gerne ein Autogramm geben. Sieh so, ich muss dann mal los, tschüss. Äh, soll ich dir, warte ganz kurz, ich gebe dir ein Autogramm, komm. Ich glaube, der will, wo kann ich denn hier ein Autogramm geben? Selfie mit Fan machen, ich will ihm ein Autogramm geben! Äh, 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 es stand bestimmt schon irgendwo und ich habe es einfach nur übersehen. Ich heule hier gleich, Leute, ich heule halt wirklich gleich. Weil, ich will ihm doch bloß zum Abschluss noch ein Autogramm geben. Hab's. So, das machen wir gerne noch, wir geben dir gerne ein Autogramm. Wisst ihr, wenn man so famous wie wir, dann wird man halt einfach erkannt draußen. Und dann geben wir dir einfach mal ein Autogramm. Es ist überhaupt nicht schlimm. Bitteschön, halt es in Ehren. Und er so, oh, ich würde doch gerne mal mit dir bangen. Und sie so, da muss ich los. Tschüss! Okay, Sabrina, gönn dir ein Drink. Gönn du dir auch deinen Drink. Und dann schau doch ein bisschen zusammen. Fernsehen? Film ansehen mit. Äh, was wollen wir denn anschauen? Ein Sim im Liebeswahn. Ach komm, das schauen wir mit der Sabrina hier zum Schluss an. So eine Liebestragödie zum Schluss. Finde ich toll. Nimm deinen Drink, Girl! Nimm deinen... Yes, natürlich, so lässt man es sich gut gehen, Leute. Einen Drink mitnehmen und... Und dann hier ein bisschen Netflix und chill, würde ich mal sagen, ne? Okay, Freunde, die Skala sieht ein bisschen... Oh Gott, ja, beide Gott, diesen creepy Blick drauf. Oh je, oh je. Kameraführung kann ich auf jeden Fall, Leute. Ja, dann würde ich mal ganz kurz sagen, wir nehmen trotzdem die Skala, das Abschlussbild. So. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Denn wir hören uns das nächste Mal. Morgen hören wir uns hoffentlich bei einer Channel mit einem... Äh, mit der neuen Facecam. Ich hoffe, ich habe bis dahin alles eingestellt. Haha. Ja, drückt die Daumen. Ja, links oben findet ihr die letzte Folge von der Rags to Riches Challenge. Unten drunter die Playlist. Ihr kennt den ganzen Bums links oben. Äh, ne, rechts oben könnt ihr mich abonnieren. Und ja, wir hören uns das nächste Mal. Hoffentlich morgen wieder um 16 Uhr. Meine Videos kommen jetzt meistens 16 Uhr, habt ihr vielleicht schon gemerkt. Und ja, dann würde ich mich von euch verabschieden. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und... Ciao! Tschüss. 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 Vielen Dank.